Das geht jetzt seit Wochen so. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Können Sie diesen Schmerz genauer beschreiben? Also, es fängt im Nacken an und zieht dann über den ganzen Rücken. Aber am schlimmsten ist es in der Schulterregion. Definitiv. Das schränkt mich total ein. Ich habe das Gefühl, ich schleppe die ganze Zeit einen Zementsack mit mir rum. Vor allem links. Stimmt, in letzter Zeit ist sie mir noch am rumjimmern. Und für gewöhnlich ist sie gar nicht so wehleidig. Ja, bestimmt. Können Sie bitte mal rausgehen? Ja, klar. Wie fühlen Sie sich jetzt? Gut. Ich fühle mich gut. Besser. Das ist ja witzig.